Videos. So, ich weiß noch nicht, mit welchem Strategiespiel ich anfangen werde. Ich will das jetzt so machen. Zwei Projekte am Anfang. Einmal natürlich ein Rennspiel. Wow, okay, was läuft denn jetzt gerade ab? Einmal natürlich ein Rennspiel und dann einmal ein Strategiespiel. Beim Strategiespiel wahrscheinlich Anno 2070. Und Moment, ich werde jetzt kurz mal hier das eine ausschalten. So, ich werde jetzt mal hier das eine ausschalten.